Schauen wir uns einfach mal ein Land an, dann wird dem vielleicht klar, was ich mit quantitativ meine. Hallo Frau Weidel, willkommen in Berlin-Friedrichshain. Ja, danke. Ich lade Sie auf ein Getränk ein, wir gehen einmal rein. Alice Weidel ist zusammen mit Alexander Gauland Spitzenkandidatin der AfD. Sie ist 38 Jahre alt und in Gütersloh geboren. Alice Weidel ist auch Unternehmensberaterin. Mit ihrer Lebensgefährtin in der Schweiz erzieht sie zwei Kinder. Alice Weidel hat mehrere Jahre in China gelebt und spricht Mandarinen. Eine Alice Weidel-Maske aus Pappe gibt es im Netz für 4,50 Euro, produziert in Großbritannien. Hier haben wir Bier, Schnaps, normales, es gibt aber auch Kaffee. Was machen Sie das? Kaffee, super gerne. Ergie, dann brauchen wir mal einen Kaffee und ich trinke ja keinen Kaffee. Hast du auch Tee eigentlich? Ja, dann nehme ich einen Tee. Keinen Kaffee? Auch gut. Ne, ich trinke gar keinen Kaffee. Es schmeckt mir nicht. Ich habe alles versucht mit Zucker und Milch, aber es läuft einfach nicht. Ich trinke morgens Cola. Gehe ich jetzt? Ja, ich stehe auf, gehe zum Kühlschrank und nehme eine kalte Cola. Ist nicht gesund. Ja, aber das mit dem Kaffee ist ja auch nicht so gesund. Du möchtest mir einen schwarzen Tee nehmen. Ja, ich würde einen schwarzen Tee nehmen. Perfekt. Wenn wir jetzt nachmittags hätten, abends, hätten Sie ein Bier mit mir getrunken? Ja, natürlich. Ich habe auch eben ganz kurz überlegt, aber ich muss leider noch morgen. Morgen, ja, warum nicht? Aber so am Nachmittag oder am Abend, ja doch. Ich muss ja noch zahlen, Moment. Nicht vergessen. Zahlen? Oder soll ich? Ne, ne, ich habe nur leider so einen Riesenschein. Tut mir leid. Super, danke schön. Tschüss. Ciao. So, wir können uns einmal hier hinsetzen. Ich würde hier auf die Seite gehen. Okay. Wir haben uns überlegt, bevor wir zu den inhaltlichen Fragen kommen, wollen wir unsere Gäste gerne ein bisschen besser kennenlernen. Und da haben wir hier so eine Fragentüte vorbereitet. Da können sie ziehen und dann können sie sagen, da sind so, ich würde oder ich würde nie fragen, also zum Beispiel, ich würde nie einen Burger bei McDonald's essen oder so. Dann können sie sagen, jo, würde ich machen oder würde ich nicht machen. Ähm, fangen Sie doch mal an. Und am besten laut vorlesen und dann die Frage beantworten. Ich würde nie meinen eigenen Namen googeln. Hm. Da würde jetzt meine Lebensgefährtin total laut lachen, weil sie weiß, dass ich das tue. Aha. Das heißt, Sie checken, äh, wie oft? Ne, die Presseberichterstattung. Das machen Sie schon? Ja, das mache ich. Täglich? Ähm, alle zwei Tage mindestens. Und fällt Ihnen dann die Kinnlade runter? Ab und zu. Oder Sie gucken dann, was so geschrieben wird und sind dann, und greift Sie das persönlich, also greift Sie das an? Es kommt drauf an. Also mittlerweile ist ja der Gewöhnungseffekt auch ein bisschen eingetreten. Und, äh, ja, also. Das heißt, Sie können da nicht jedes Mal denken, Sie so, oh, keine Ahnung, scheiße, oder wenn was Gutes ist, geil. Es ist Ihnen so ein bisschen, es wird einem egaler mit der Zeit. Das ist es eigentlich nicht, aber, also es hat schon, ja, doch eigentlich schon, also egaler. Wenn ich, wenn ich so gucke, so vor einem Jahr, wie ich noch bei Halbsätzen reagiert habe, ich dann so, boah, das geht ja gar nicht, voll ungerecht. Und heute sind es ja nicht mehr Halbsätze, sondern es ist ja irgendwie ganze Paragrafen. Und, äh, ja, dann kann man schon sagen, es ist doch ein bisschen egaler geworden. Wenn es so ein bisschen in den persönlichen Bereich dann reingeht, dann, dann gehe ich ab wie Lotte. Das kann ich nicht ausstehen, ja. Das macht man, das macht man eigentlich nicht. Okay. So, aber wir wollen trotzdem ein bisschen mehr noch persönlich über Sie erfahren. Oh Gott. Deswegen noch eine Frage. Ich würde nie Tatort gucken. Sonntagsabends, 20.15 Uhr. Ich hab ihn schon, also ich schaue ihn schon ab und zu. Ja? Ja. Und Ihr Lieblingsermittlerteam? Münster und Köln. Alles klar, also Sonntagabend, 20.15 Uhr, Alice Weidel guckt. Tatort. Oberbürgermeister und Köln. Alles klar. Noch eine Frage würde ich sagen. Ich würde nie bei einer Demo mitlaufen. Ja. Das muss ich ja bei meiner Partei. Muss ich ja bei einer Demo mitlaufen, obwohl eigentlich jeder weiß, dass ich das nicht so gerne mache. Aber das heißt, wenn Sie, sagen wir mal als Privatperson, jetzt nicht, wenn Sie irgendwie auf einer Demo reden oder so, weil Sie als Gastrednerin geladen sind, sondern sagen wir mal, Sie treten für irgendwas ein und würden dann auf einer Demo mitlaufen. Würden Sie es machen? Also als Privatperson, als Alice Weidel, nicht als AfD-Alice Weidel? Ja, also es kommt ja drauf an, für was es jetzt letztendlich ist, aber doch, das würde ich schon machen. Ich überlege aber gerade, wann ich das überhaupt mal gemacht habe, dass ich auf einer Demo mitgelaufen bin. Und da fällt mir ehrlich gesagt gar keine ein. Keine ein. Naja, vielleicht kommt ja noch eine. Ja, vielleicht. Wer weiß, wo vorher noch oder wogegen protestiert wird. Eine würde ich sagen, machen wir noch. Ja. Ist das so fett gedruckt? Und, ah, ich würde nie ein Wegbier trinken. Wegbier ist das, was man so... Fußpilz. Was? Also, naja, Wegbier halt. Fußpilz, so sagt man ja, wenn man irgendwie abends auf ein Konzert will oder so und auf dem Weg von zu Hause zum Konzert sich noch hier im Spetti ein Weg, ein Bier für ein Weg. Wegbier. Fußpilzzeit ist ein Wortspiel. Echt jetzt? Ja, ist mega, mega Witz. Kenn ich gar nicht. Ja, ich meine, ich trinke, wenn ich auf dem Weg zur Veranstaltung bin, also in den Ausgang gehe, was ja dummerweise etwas weniger geworden ist. Mit Kindern wird das weniger, aber dann trinken wir grundsätzlich Wegbiere. Also, aha. Aha. Aber jetzt so privat in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, Sie laufen abends durch Kreuzberg oder so und gehen irgendwo hin, holen Sie sich noch ein Bier, zischen das auf den Weg, würden Sie auch machen. Natürlich. Alles klar. Oh ja, wollen Sie noch eine oder? Oh ja, das macht echt Spaß. Ja, okay, dann machen wir noch eine. Ich bin da selber immer sehr überrascht. Was? Sie, glaube ich, nicht. Ich würde mich beim Check-in vordrängeln, weil der Flieger bald geht. Nein. Nein? Nein. Nie? Nein. Selbst wenn es ganz dringend ist? Also, wenn, dann würde ich fragen. Also, immer. Das würde ich nicht einfach so machen. Also, nicht einfach vorne hinlatschen und sagen, oh, ich verpasse den Flieger. Nein, auf keinen Fall. Okay. Nein. Ich habe es schon mal gemacht. Ich gebe es zu. Aber vorher gefragt? Ja, mehr oder weniger. Das war, die Leute waren dann so freundlich, weil sie gesehen haben, dass wir extrem im Stress waren, dass sie mich dann vorgelassen haben. Okay. Das war ganz nett. Frau Beil, das war der einfache Teil, der Ihnen großen Spaß gemacht hat, wie wir festgestellt haben schon. Ja, auch der schwere. Jetzt kommen hier meine Fragen. Ich habe mir ein bisschen ein paar Fragen aufgeschrieben. Ein paar ist gut. Ja, das ist nur, das ist noch ein bisschen Hintergrundsachen. Wir würden ganz gern am Anfang ein bisschen über die Klimapolitik von der AfD reden. Man kann ja wirklich sagen, der Großteil aller Klimaforscher, die sind sich einig. Der Klimawandel ist maßgeblich von uns Menschen verursacht. Ihre Partei, die AfD, die sieht das ja anders. Aber warum, warum sollten das? Alle oder der Großteil der renommierten Wissenschaftler behaupten, wenn es gar nicht stimmt. Na ja, in keiner wissenschaftlichen Studie steht, wenn man sich auch so die Zeiträume anschaut, dass es menschengemacht ist. Sie hatten immer Kälte- und Warmperioden. Und es ist empirisch überhaupt gar nicht belegbar, dass der Klimawandel jetzt menschengemacht ist. Aber die Temperatur steigt ja nun mal an. Und in den Studien ist es ja durchaus so, dass sich die Erde erwärmt und dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Das ist ja durchaus so. Aber das erkennen Sie nicht an. Es ist eben nicht belegt. Also man kann sich Zeiträume rauspicken. Und Sie haben es ja gerade auch selber gesagt. Warmperioden hat es vorher schon gegeben. Und dass es jetzt an einem natürlichen Gas liegen soll, CO2-Gas, das halte ich auch ehrlich gesagt, für nicht. Da sagt Ihre Partei ja auch, dass CO2 ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für allen Lebens. Naja, wir kennen das ja noch aus dem Biologie-Unterricht, wie das so allgemein hin funktioniert. Mit Osmose, mit allem drum und dran. Und mit dem Stoffwechsel beispielsweise auch in Blättern. Da muss man einfach sich das einfach mal nur mal so anschauen. Also ich halte das auch, schauen Sie. Aber ich glaube, dass man CO2 braucht, auch für die Pflanzen. Das ist ja, das bestreitet ja gar keiner. Das ist, wie wir eben drüber gesprochen haben. Wir brauchen ja auch Zucker. Aber wenn ich jetzt jeden Morgen 10 Cola trinken würde mit echtem Zucker, dann wäre es halt auch nicht so gut. Es kommt ja auf die Menge drauf an und da ist sich ja durchaus auch die Forschungslage einig, dass zu viel CO2 die Erde erwärmt und dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass dadurch sich das Klima verändert. Aber das CO2-Gas ist nicht das relevante Gas. Wenn Sie beispielsweise mal nach Peking fahren oder mal nach Südamerika oder ich sage jetzt mal Hongkong oder sonst irgendwo hin, wo die Städte im Smog versinken, dann sieht man auch, dass für den gesamten Schadstoffausstoß bestimmt nicht CO2 das relevante Gas ist. Also ich bin jetzt keine Chemikerin. Deswegen könnte man ja auf die Forscher vertrauen, die sich damit auseinandersetzen. Und da ist ja durchaus der Großteil, die sagen, doch, es gibt genug Studien. Unsere Position zum Klima wurden ja auch nicht von mir, sondern von Forschern innerhalb der AfD auch mit dargelegt, die sich damit auskennen. Und ich bin ja für Euro- und Währungspolitik zuständig bei uns in der Partei. Und ich habe mir das auch angesehen. Das ist natürlich klar. Und das ist für mich ziemlich einleuchtend, dass CO2 eben, Biologieunterricht, dass CO2 überhaupt nicht das relevante Gas ist. Das heißt, Sie vertrauen dann auf den Forschern in Ihrer Partei, aber nicht den, sage ich jetzt mal, 90, 95 Prozent, die das auf der Welt eher sagen. Es ist nicht bewiesen. Es ist wirklich überhaupt nicht bewiesen. Wir hatten diese Kälte- und Warmperioden und CO2 ist einfach nun mal nicht das relevante Gas. Würden Sie dann sagen, dass so Donald Trump ist ja auch ein sehr großer Kritiker davon, dass die Politik von Donald Trump das Vorbild für im Klimawandel, Entschuldigung, in der Klimapolitik das Vorbild für die AfD ist? Na gut, also er hat ja auch Zweifel angemeldet auf dem letzten Klimagipfel. Und diese Zweifel haben ja auch Berechtigung. Und nur weil es von Donald Trump kommt oder von irgendjemand anderem, sind ja die Sachen nicht falsch. Ganz wichtiges Thema bei unserer Zielgruppe ist natürlich auch die Digitalisierung. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, was sagen die Parteien zum Thema Digitalisierung? Ich habe jetzt in Ihrem Wahlprogramm geguckt. Das wird nur in sehr wenigen Sätzen behandelt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das Wort Digitalisierung an sich kommt gar nicht vor. Aber nur digital mal, wie soll Deutschland denn fit gemacht worden bei den Herausforderungen jetzt in der Digitalisierung? Außer jetzt, dass wir nur den Breitbandausbau auf dem Land und in der Stadt, dass das wichtig ist, glaube ich, da sind sich ja alle einig. Aber was gibt es denn noch? Ja, das ist aber genau die entscheidende Frage. Es sind sich alle einig. Das stelle ich ja auch immer in Talkshows fest. Es sind sich plötzlich alle einig. Nur es wird nichts gemacht. Es sind sich seit Jahren alle einig, dass irgendwas gemacht werden muss. Und die Parteien, die sowohl in den Landesregierungen auch die Hebel hätten oder jetzt auch in der Bundesregierung, die machen einfach nichts. Sie sind sich immer alle einig. Es wird extrem viel geredet, aber es wird überhaupt nichts umgesetzt. Also, wenn der Glasfaserausbau wenigstens mal vorangetrieben würde, dass unser Internet schneller wird, weil da sind wir wirklich Entwicklungsland. Wir haben so viel Luft nach oben. Da wäre ich ja schon mal beruhigt. Aber das muss erst mal als erster Schritt passieren. Und ich frage mich, warum es letztendlich nicht passiert. Aber das wollen ja jetzt die anderen Parteien tatsächlich auch. Die AfD möchte das auch. Was gibt es? Ich meine, der Breitbandausbau ist sicherlich ein sehr wichtiger Faktor. Aber was muss noch, damit digitales Deutschland wirklich entsteht? Damit wir fit gemacht werden für die Digitalisierung? Was will Ihre Partei da noch? Also, neben einem schnellen Internet, was Sie brauchen, ist es so, dass die Rahmenbedingungen letztendlich stimmen. Beispielsweise für junge Gründer. Wenn wir von Digitalisierung sprechen. So, und da gibt es ja auch schon Programme. Und wir müssen da auch beispielsweise auch in den Ausbildungsbereich auch ran. Also, ich stelle immer wieder fest, wenn man auch so an Schulen geht und auch mit Schülern diskutiert, dass an den Schulen die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht fit für das Internet gemacht werden. Also, es ist so ein bisschen learning by doing, aber letztendlich reicht das nicht. Also, auch an den Schulen müssen die Jugendlichen fit für den Markt gemacht werden, also für den Digitalisierungsmarkt, weil das ist einfach unsere Zukunft. Glauben Sie, dass Digitalisierung an sich auf dem Arbeitsmarkt, da haben ja viele Menschen auch Angst vor Jobverlusten, dass es mehr Jobs bringen wird, als dass es vernichtet? Oder wie soll man da dieser Herausforderung, diesen Ängsten entgegnen? Also, diese Ängste, die hat es immer schon gegeben. Es gibt ganz viel Literatur. In den 60er, 70er, 80er Jahren haben irgendwelche Möchtegern-Ökonomen ständig in irgendeiner Form davor gewarnt, dass es Jobsverlust gibt, weil die Automatisierungsstufen eben zunehmen und dadurch Arbeitsplätze wegfallen. Was dabei immer vergessen wird, ist, dass eigentlich mit Automatisierung, mit Digitalisierung, dass die Produktivität sich verändert, sie steigt nämlich und dadurch fallen keine Arbeitsplätze weg, sondern der Arbeitsplatz wird produktiver letztendlich. Aber ein Lkw-Fahrer zum Beispiel, der bald durch einen autonomen Lkw ersetzt wird, den muss man ja irgendwie dann anders beschäftigen. Also, was macht man mit den Berufen, die durch Computer ersetzt werden? Es werden dadurch eben, und das ist auch nie in irgendeiner Form empirisch belegt worden, dass dieser Lkw-Fahrer, der heute einen Lkw fährt, weil eine, sage ich jetzt mal, Umstrukturierung einer Volkswirtschaft, das passiert nie von heute auf morgen. Er sitzt ja nicht von heute auf morgen auf der Straße, sondern das passiert über Jahres- und Jahrzehntschritte. Dieser Lkw-Fahrer so von heute wird vielleicht morgen, weil er eine andere Ausbildung genossen hat, weil sich eine Volkswirtschaft auch in den Branchen anders strukturiert, wird er höchstwahrscheinlich in einem anderen Beruf ausüben. Aber heißt das dann nicht, dass man da aktiv eingreifen sollte? Also, dass man dann einfach, also so wie Sie das jetzt sagen, hört sich das so an, wir müssen eigentlich nichts machen. Das regelt sich schon alles in der Entwicklung und die werden dann einfach andere Berufe finden. Wir fliegen total viele. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Muss man da dann nicht aktiv werden? Muss die Politik da nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Oder läuft das alles so von sich? Industriepolitik, also die Eingriffe seitens der Politik, das hat noch nie funktioniert. Das muss der Markt entscheiden. Und das hat eigentlich auch immer recht gut funktioniert. Das heißt, da müssen wir im Prinzip nicht irgendwie gucken, dass wir die Leute anders qualifizieren? Doch, die qualifizieren sich von selber anders. Okay, alles klar. Lassen Sie uns noch über ein drittes Thema sprechen, was Ihrer Partei ja auch sehr am Herzen liegt. Das Thema Migration, Zuwanderung. Gibt es irgendwie was, wo Sie sagen würden, dass das Sie bereichert hat oder dass etwas Positives entstanden ist durch die Menschen, die in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen sind? Also ich finde es grundsätzlich positiv, wenn sich die Menschen, die zu uns gekommen sind und auch einen Rechtsstatus haben und sich den Rechtsstatus auch auf Grundlage von Gesetzen erworben haben, weil sie dazu berechtigt sind, weil das sind ja nicht alle. Wenn es dann einfach auch mit den Ausbildungsmöglichkeiten, mit der Integration vorwärts geht, dann freut mich das. Wir haben aber ein ganz anderes Problem in den letzten zwei Jahren. Es wurde gegen Recht verstoßen und das ist ja auch der Grund, was wir kritisieren. Es wurde gegen das deutsche Asylgesetz verstoßen, vor allem gegen den Paragrafen 16a, gegen das deutsche Grundgesetz und gegen die europäische Dublin-III-Verordnung. Aber Sie wissen ja, dass der EuGH gesagt hat, es war jetzt nicht rechtswidrig, was Deutschland getan hat. Ja gut, also er hat schon, ja, aber Sie kennen höchstwahrscheinlich auch die Gesetzeslage, dass wir es mit einem Rechtsbruch zu tun haben, mit Rechtsbrüchen. Und das gutieren wir nicht. Und man kann nicht eine ungesteuerte Einwanderung gutieren, die über das Asylgesetz zustande kommt, das einfach mal so durchgewunken wurde und rechtsbrüchig ist. Die Politik der Bundesregierung verstößt gegen geltendes Recht. Und das ist das, was wir kritisieren. Und darum brauchen wir auch eine Differenzierung zwischen Einwanderung und Asyl. Und das fordern wir ja schon seit Jahren, dass wir ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild eben brauchen, ein klarem Punktesystem. Damit qualifizierte Zuwanderer zu uns kommen können. Genau, das besagt ja das kanadische System. Da kriegt man Punkte für unterschiedliche Qualifizierungen und dann können die Menschen eben kommen. Das ist das Einwanderungsgesetz, was sie fordern. Das fordern ja auch andere Parteien durchaus. Was ist mit dem Asylgesetz? Wie soll das unter Ihnen aussehen? Das ist ja der zweite Teil. In Ihrem Wahlprogramm heißt es ja, wir wollen, da heißt es an einer Stelle, wir wollen darüber selber entscheiden, wer zu uns kommt. Und ausschließlich qualifizierte Menschen zu uns kommen lassen. Das hört sich für mich jetzt erstmal so an, okay, alle anderen dürfen nicht mehr kommen. Nee, das ist ja genau das. Wir differenzieren ja zwischen Einwanderung und Asyl, was diese Bundesregierung ja nicht tut. Sie müssen ja differenzieren zwischen den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes, qualifizierte Zuwanderung, das ist ein Stichwort. Das brauchen wir auch aufgrund unserer demografischen Entwicklung. Und den Menschen, die hilfsbedürftig sind, beispielsweise aus Kriegsgebieten kommen. Zum Beispiel aus Syrien. Beispielsweise Christen aus Syrien, die wirklich verfolgt werden. Auch Klima werden verfolgt in Syrien. Auch Familie unter Vorlage von gültigen Passpapieren. Ich finde es als historischen Fehler und absolut unverantwortlich, dass beispielsweise Menschen zu uns kommen, ohne Ausweispapiere und einen Aufenthaltsstatus bekommen. Und das kann so nicht weitergehen. Wie soll das Asylgesetz unter der AfD dann konkret aussehen? Ja, wir wollen es novellieren. Wir betrachten das Asylgesetz als veraltet an. Das entstammt ja aus einer Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir auch nicht diese riesigen Wanderungsbewegungen weltweit haben. Das Gallup-Institut, das Amerikanische, hat ja ganz klar gesagt, wir haben jetzt schon mit Migrationsmengen im dreistelligen Millionenbereich zu tun. Tendenz weiter steigend mit Bevölkerungsmigrationsdruck, beispielsweise aus Entwicklungsländern, aus dem afrikanischen Kontinent, aus dem Nahen Osten. Also mehr Menschen sind unterwegs auf der Flucht? Richtig. Und das hatten wir vorher eben nicht. Und das ist historisch. Und der Druck, der nimmt ja nicht ab, wie uns immer suggeriert wird, sondern der Druck, der nimmt ja zu. Und da brauchen wir, das will ich ja Ihnen gerade sagen, dieses Konzept haben wir vor zwei Wochen in einer Bundespressekonferenz vorgelegt. Also Sie können keine Flüchtlingspolitik, eine nachhaltige, betreiben, ohne entwicklungspolitische Konzepte zu haben. Also Sie müssen Hilfe zu Selbsthilfe betreiben. Und da sagen wir ganz klar, um das alles zu bewältigen, brauchen wir kurzfristig, vor allen Dingen in den nordafrikanischen Anrainerstaaten, brauchen wir Asylzentren, wo Menschen aufgenommen werden und unter Vorlage von gültigen Papieren auch einen Asylantrag stellen können. Aber Sie wissen, wie die Asylzentren in Libyen aussehen. Und jetzt lassen Sie mich kurz ausreden. Mittel- und langfristig brauchen wir Schutzzentren. Und da müssen wir die Vereinten Nationen, jetzt wieder die Antwort zurück, die Vereinten Nationen auch mit involvieren und auch mit finanziellen Mitteln ausstatten. Auch das im Übrigen hat die Bundesregierung vor allen Dingen im Jahr 2014, 2015 sträflich vernachlässigt. Sie wissen vielleicht auch, dass wenn wir Blauhelme auch mit involvieren und das UN-Hilfswerk, dass diese Wanderungsbewegungen auch erst gar nicht entstanden wären. Beispielsweise das Flüchtlingslager in Satari, in Jordanien. Da haben sich die Leute erst in Bewegung gesetzt, als das Geld nicht kam. Auch von der deutschen Bundesregierung nicht. Ich muss ganz kurz einhaken, weil die Bundesregierung ist mittlerweile zum zweitgrößten bilateralen Geber des UNHCR geworden. Also wir haben das im Vergleich zu anderen Ländern nicht sträflich vernachlässigt, weil wir sehr, sehr viel Geld geben und unsere Hilfe auch aufgestockt haben. Und das Zweite ist, wo ich mich frage, Sie sagen, Schutzzentren in Ländern, in nordafrikanischen Ländern zum Beispiel, die sich stabilisieren müssen, aber der UNHCR ist ja kein Gremium, was sich dafür einsetzt, Zentren zu bauen und dort die Menschen zu versorgen, sondern der UNHCR vertritt die Auffassung, wir müssen Menschen resetteln. Das ist die zentrale Aufgabe des UNHCR. Wir kümmern uns um die Menschen, aber dann müssen wir sichere Zugangswege schaffen. Wissen Sie, wie lange Menschen im Schnitt in einem UNHCR-Camp leben? Nee, Sie sagen mir es. 17 Jahre lang. Das ist ja kein, oder ist das ein Zustand, den man dann so haben möchte? Also erst einmal zum UNHCR und zu dem Funding seitens der deutschen Bundesregierung. Die Vereinigten Staaten mussten 2014 überhaupt einspringen, dass das UNHCR überhaupt rechtzeitig ein Funding bekommen hat, nämlich von der Bundesregierung nicht. Also es richtet sich nicht nach der Höhe der Zahlungen, sondern nach der Pünktlichkeit der Zahlungen. Und da hat die Bundesregierung vor allem in den vergangenen Jahren, wo es darauf ankam, hat diese Pünktlichkeit eben vermissen lassen. Das ist das, was ich eben ausgeführt habe. Sie schaffen es rein zahlenmäßig nicht, auch wenn von Resettlement gesprochen wird. Sie haben verschiedene Aufgabenteilungen vom UNHCR und von den Vereinten Nationen. Es gibt ja viele Unterorganisationen. Absolut. Wir müssen, wir fordern ja eben auch einen EU-Sonderbeauftragten, der mit den nordafrikanischen Staaten eben auch jetzt diese Schutzzentren auch mit aushandelt, unter Zuhilfenahmen, zur Stabilisierung dieser Länder von den Vereinten Nationen. So. Und das müssen sie machen. Sie müssen diese Staaten mit stabilisieren, mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung. Und sie werden die Nöte dieser Welt, rein quantitativ, werden sie nicht in Deutschland lösen können. Das heißt, wir kaufen uns quasi frei von unserer humanitären Verantwortung. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Schauen wir uns einfach mal ein Land an. Dann wird dem vielleicht klar, was ich mit quantitativ meine. Sie haben allein in Nigeria 180 Millionen Menschen. Sie haben Bürgerkriegsland. Sie werden allein aus Nigeria nicht die 180 Millionen in Deutschland aufnehmen können. Und das ist etwas... Das fordert ja auch keiner. Ja, Moment. Aber es gibt auch kein nachhaltiges Konzept, was genau das verhindert und auch endlich mal sagt, dass das überhaupt gar nicht geht. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt kein nachhaltiges Konzept, erst mal die Zuwanderung mit zu begrenzen nach Europa. Nein, sie differenzieren gerade auch nicht. Das ist schon das dritte Mal. Ich habe gesagt, wir müssen differenzieren zwischen Einwanderung und Asyl. Wir sprechen doch gerade die ganze Zeit über Asyl. Und auch da brauchen wir Obergrenzen. Darum geht es doch letztendlich. Obergrenze, wie viele dürfen denn dann nach Deutschland kommen? Sie müssen das aushandeln, auch innerhalb der Europäischen Union. Also erst mal muss es dann so sein, dass unser Asylgesetz novelliert werden muss, weil es nicht mehr entsprechend der Zeit ist. Wir wollen auch ein Asylgesetz, so wie es andere Industriestaaten eben auch haben, wo sie keinen individuellen Anspruch auf Asyl haben. Erst dann können sie Obergrenzen überhaupt definieren. Das heißt, wir müssten auch das Grundgesetz ändern. Wir müssten erst mal das Grundgesetz ändern, das Asylrecht ändern mit Zweidrittelmehrheit. Richtig, das muss geändert werden mit Zweidrittelmehrheit. Übrigens eine CDU-Forderung aus dem Jahr 1991. Da wollten sie nämlich auch schon das Grundgesetz ändern. Haben es natürlich nicht gemacht. Und jetzt stehen wir da. Das ist ja auch nicht einfach, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Ja, genau. Aber ich glaube, die Einsicht, die wird sich dann hoffentlich dann irgendwann einmal vernunftbasiert einstellen, dass wir so nicht weitermachen können. Frau Weidel, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist leider um. Wir könnten noch ziemlich viel weiterreden. Und es wäre auch sicherlich noch, ja, auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Sie haben jetzt noch einmal die Chance, weil unser Format ja Ich würde nie heißt, in diese Kamera zu sagen, was Sie niemals tun würden. Gerne irgendwas. Sie können gerne was Persönliches sagen, was auch immer Ihnen beliebt. Und am besten irgendwas, was überrascht. Ich würde nie morgens aus dem Haus gehen, ohne Sport gemacht zu haben. So ganz lustige Gymnastikübungen. Ich würde nie ins Bett gehen, ohne meinen Kindern einen Gute-Nacht-Kuss gegeben zu haben. Jetzt haben Sie schon zwei Sachen gesagt. Oh, tschüss. Alle dürfen eigentlich nur eine Sache sagen.